Ich bin der Kilian Gramm, ich wohne in Treisen, das ist Bezirk Lilienfeld, arbeite bei der Firma Hoppl seit jetzt fast drei Jahren und bin bald ausgelandet. Ich habe mich für die Spengelehrer entschieden, weil ein Freund von meinem Papa hat bei uns Spengelehrer ein Tag gemacht und da habe ich mir gedacht, das interessiert mich sehr und ich will mir das vielleicht mal anschauen. Dann habe ich ihm geschnuppert beim Hopplen und das hat mir recht getaugt und dann bin ich halt dazu gestoßen. Ich finde schon, dass die Arbeit sehr bedeutend ist, weil ohne Tag kriegen sie ein bei einem Haus und deswegen glaube ich schon, dass es bedeutend ist. Schönen Tag